Hallo zusammen zur folgenden Aufgabe. 1 plus 1 ist A, B, C oder D. Benötigst du noch Bedenkzeit, dann klicke kurz auf Pause, gleich gibt es die Auflösung. Kommen wir zur Auflösung. Klar ist, 1 plus 1 ergibt 2. Schauen wir, wo noch 2 rauskommt. Beginnen wir mit A. Wir müssen zuerst Punkt vor Strich rechnen. Also zuerst 5 geteilt durch 5, das ergibt 1. Und 5 plus 1 ist 6, das ist nicht die Zahl 2. Bei D. Wir müssen die Minusklammer auflösen. Aus diesem Minus wird ein Plus, denn Minus und Minus ergibt Plus. Wir rechnen also 4 plus 2 ist auch 6. Und das ist auch wieder nicht 2. Schauen wir uns B an. Zuerst wird der Punkt vor Strich. Wir rechnen also 10 geteilt durch 2 ist 5. Minus die 3. 5 minus 3 ergibt 2. Passt. Aber Halt! Dieses Ausrufezeichen bedeutet Fakultät. 3 Fakultät bedeutet, ich rechne 3 mal 2 mal 1. Also 5 minus das Ergebnis von 3 mal 2 mal 1. Und 3 mal 2 mal 1 ergibt 6. 5 minus 6 ist minus 1. Und das ist wieder nicht 2. Schauen wir uns C an. Wir müssen wieder zuerst Punkt vor Strich rechnen und die Potenz. 2 geteilt durch 2 ergibt 1. Und jede Zahl hoch 0 ergibt auch 1. Wir rechnen also 2 plus. Dann hier kam 1 raus. Das Minus. Und dann kam nochmal 1 raus. 2 plus 1 ist 3. Minus 1 ist wieder 2. Richtige Antwort, also Antwort C. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr richtig wart und teilt dieses Video doch mit euren Freunden. Danke und bis zum nächsten Mal. Hat euch mein Video geholfen, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal an eure Klasse und Freunde weiterempfehlen würdet. Vielen Dank und bis bald.